Alles beginnt mit dem Schreiben der Geschichte. Geschichten werden zu Legenden. Legenden werden zu Mythos. Mythos wird Saga. Doch was bleibt? Das Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die kleinen Dinge, die von Dauer sind. Und so kommt es, dass das Vergangene näher am Morgen liegt, als es uns bewusst ist. Schon Friedrich Rückert wusste, auswendig ist gelernt, was dir vom Munde fließt. Inwendig, was im Sinn lebendig sich erschließt. Wenn wir uns nicht bemühen, etwas nicht eifrig betreiben, uns nicht damit beschäftigen, dann kann die Idee nicht reifen. Studieren erlaubt es, wissenschaftlichen Interessen zu folgen, die Zukunft mitzugestalten. Die eigene Bildung ist immer eine Investition wert. Deine Bildung ist dein Weg. Und am Ende schreibst du deine Geschichte. Die Frage ist nur, wo? Schweinfurt, dort, wo deine Geschichte lebendig wird. Deine Bildung ist dein Weg. Die Frage ist nur, wo du was? Deine Bildung ist nicht so! Untertitelung des ZDF, 2020